Gebäudeleittechnik in der Cloud. Rundum-Sorglos-Paket mit OpenWebCloud. Einzelstandorte und kleine Liegenschaften haben genauso wie große Gebäudekomplexe den Anspruch der einfachen Anlagenbedienung und wünschen den vollen GLT-Umfang. Hier sind GLT-Server-Installationen im Gebäude vor Ort oft unwirtschaftlich. Verzichten Sie ganz einfach auf teure Hardware für Ihre GLT-Server vor Ort, auf lästige Installations- und Update-Vorgänge und auf zusätzliche Personalaufwände für die Wartung Ihrer GLT-Soft- und Hardware. OpenWebCloud, das Rundum-Sorglos-Paket, beinhaltet die anwenderfreundliche, vollumfängliche GLT wirtschaftlich schon ab 100 Datenpunkten. OpenWeb ist flexibel skalierbar und wächst mit Ihren Ansprüchen. Wir installieren die GLT im DEOS-eigenen Rechenzentrum und übergeben Ihnen alles betriebsfertig. Und weiter erhalten Sie von uns automatische GLT-Updates, die regelmäßigen Wartungsarbeiten inklusive Virenscans und Backups sowie die Beratung durch DEOS-IT-Experten. Ihre Gebäudedaten liegen sicher im DEOS-Rechenzentrum in Deutschland und unterliegen dem europäischen Datenschutzrecht und entsprechen den DSGVO-Bestimmungen und das sogar top ausgezeichnet vom Komitee des Bundesverbands IT-Mittelstand. Ihre Gebäude mit der DEOS-Automation sind über die DEOS-Connect-Boxen mit der DEOS-Plattform und dem Rechenzentrum verbunden. Der GLT-Zugriff erfolgt bequem von jedem Ort aus durch einheitliche Grafiken und Menüs. Standorterweiterungen sind dank der zentralen Cloud-Lösung schnell und einfach realisierbar. Und dabei hat die IT-Sicherheit für uns die oberste Priorität. Unsere Connect-Boxen nutzen die höchsten IT-Sicherheitsmechanismen und wir senden Ihnen die Connect-Box vorkonfiguriert zu für den einfachen Einbau und den optimalen Schutz. Wir bieten Ihnen mit der DEOS-Connect-Box die automatische Remote-Wartung inklusive Virenscannen, Auto-Firmware-Updates, eine SSL-Verschlüsselung der Kommunikation sowie die Zwei-Faktor-Authentifizierung. Im Überblick die vollständige Experten-GLT für alle Projektgrößen. Unsere GLT inklusive Installationen, Updates und Backups. So reduzieren Sie Ihre Investitionskosten und das alles bei maximaler IT-Sicherheit. Die Untertitelung des ZDF, 2020